Es ist das fürchterlichste Video, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Heute der Blockbuster Nummer 3 und heute muss ich wieder das Video richten an Simon Teichmann, weil ich einfach wirklich nicht mehr, nicht fassen konnte, was er erzählt hat. Ich konnte es einfach nicht fassen. Es ist wirklich das schrecklichste Video, was ich jemals auf YouTube gesehen habe. Es hat mich wirklich nicht mehr losgelassen, dieses Video. Und deswegen hier jetzt das große Video dazu. Und ich kann euch sagen, das Video hier, das ist jetzt das wichtigste Video wahrscheinlich, was ich jemals gemacht habe. Es ist das längste Skript, was ich jemals geschrieben habe. Ich habe auch am allerlängsten an diesem Video gearbeitet, länger als an Blockbuster 1 und 2. Und ihr werdet mich verstehen, wenn ihr das Video hier zu Ende geguckt habt. Und ihr werdet wirklich aus allen Wolkenfallen versprochen. Was der Typ erzählt, das ist einfach nicht zu fassen. Gegen Obst sogar. Das muss man sich mal reinziehen. Es ist absolut nicht zu fassen. Suchen wir einfach mal in den Browser rein und fangen direkt an. Ansonsten wird das Video wieder 4 Stunden lang. Deswegen, es geht hier um dieses Video von Simon Teichmann. Das schlimmste Video, das ich je gesehen habe, mit den fürchterlichsten Informationen, den schlimmsten Aussagen, die ich je gehört habe. Es ist nicht zu fassen, wirklich. Ich wusste nicht mehr, wohin mit mir. Ich wusste ja, ich habe das Video ja schon mal verlinkt, meinen Blockbuster 1. Ich wusste, dass er so ein Video hat. Aber ich habe es noch nie so richtig komplett geguckt. Ich wusste nur, er ist halt gegen Kohlenhydrate. Das sieht man auch am Titel und so. Er ist gegen High Carb. Okay. Aber ich habe es mir mal in Ruhe angeguckt und angehört. Komplett das ganze Video. Und was er hier erzählt, Leute, das glaubt kein Schwein. Das glaubt niemand, was er hier erzählt. Sowas habt ihr noch nie gehört. Deswegen fangen wir einfach an mit diesem Video. Es ist absolut nicht zu fassen. Er stellt hier ein Buch vor. Also er macht hier sein Video gegen High Carb. Und seine Infos hat er aus einem Buch. Dieses Buch hier, das könnt ihr dort sehen. Das heißt, dumm wie Brot. Und diese Anti-Getreide-Bewegung. Also in dem Buch geht es darum, dass Getreide schlecht ist. Also ein pflanzliches Nahrungsmittel oder allgemein pflanzliche Nahrungsmittel. Auch Obst und so werden wir gleich alles sehen. Also dass pflanzliche Nahrungsmittel schlecht sind. Das ist halt ein anti-pflanzliche Nahrungsmittelbuch. Okay, das ist ein Low Carb Buch. Ja, von einem Low Carb Autor. Und das stellt er hier vor. Und es ist einfach unglaublich, was er da wirklich aus diesem Buch zieht. Für Informationen, was er aus diesem Buch gelernt hat. Und das Wichtigste zu verstehen. Erstmal, okay, man merkt schon ein Buch gegen pflanzliche Nahrungsmittel. Da weiß er eigentlich direkt Bescheid, was los ist. Kein geistig gesunder Mensch würde auf sowas reinfallen. Aber hier mal kurz noch zur Nebeninfo. Die Anti-Getreide-Bewegung ist eine Bewegung der Low Carb Szene. Das hat damit angefangen, dass die Low Carber angefangen haben, Sachen zu erzählen, wie zum Beispiel Lektine, Phytinsäure. Guckt euch meine Videos dazu an. Antinährstoffe. Und Simon ist voll darauf reingefallen. Er ist halt der typische Fitness-YouTuber, der gegen Kohlenhydrate ist. Er zählt aber, der ist für vegan und für Kohlenhydrate. Man hört hier in diesem Video von ihm, werdet ihr feststellen, eine extreme Verwirrung. Er ist extrem verwirrt. Er sagt hier, er ist für Kohlenhydrate, er ist gegen Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind eigentlich gut, er isst selber Kohlenhydrate, aber Kohlenhydrate lösen die ganzen Krankheiten aus. Man hört hier eine extreme Verwirrung bei ihm. Und das liegt halt daran, weil er selbst nicht oder wenigstens im Unterbewusstsein hört irgendeinen Widerspruch. Er weiß, pflanzliche Nahrungsmittel, das ist doch gesund, das weiß ja irgendwie jeder Mensch. Aber pflanzliche Nahrungsmittel lösen auch die ganzen Krankheiten aus. Nun, dann gibt es so eine extreme Verwirrung, werden wir gleich hier alles raushören. Es ist wirklich, das Video, es ist nicht zu fassen. Aber ganz wichtig, Antigetreidebewegung ist eine Low-Carb-Bewegung. Und hier der wichtige Punkt ist auch natürlich, wer gegen Kohlenhydrate isst, der isst gegen Pflanzen. Okay, das ist auch einer der wichtigsten Punkte überhaupt, Kohlenhydrate. Seht ihr, das links, daraus bestehen Tierprodukte, das rechts Pflanzen und nichts, was rechts steht, steht links und vice versa. Okay, deswegen Kohlenhydrate sind in Pflanzen drin. Es gibt ein paar kleine Ausnahmen, so wie Laktose, Milchzucker. Aber nehmen wir, wenn wir die kleinen Ausnahmen wegnehmen, sind Kohlenhydrate in Pflanzen. Die Kohlenhydrate, woher kommen Kohlenhydrate der Ursprung? Photosynthese. Pflanzen stellen das aus Photosynthese her. Ja, daher kommen Kohlenhydrate und Menschen essen Kohlenhydrate und die Tiere auch. Deswegen, ganz, ganz wichtig, wer gegen Kohlenhydrate isst, der isst gegen Pflanzen. Dann auch noch ganz wichtig, ich kann hier immer nur ein oder zwei Studien zeigen, weil es zeittechnisch anders nicht klappen würde. Deswegen kann ich euch hier absolut nur empfehlen, in mein Dokument reinzugucken. Ich habe hier ein Dokument, da sind alle Studien aufgeführt, dass man nicht lange suchen muss. Die sind hier alle aufgeführt. Man kann auch mit STRG F kann man das Dokument durchsuchen. Deswegen, ich habe mir immer nur ein oder zwei aussuchen können. Nicht, dass ihr denkt, mehr Studien hast du nicht dazu. Das Video muss halt, das wird so und so schon Spielfilmlänge haben. Deswegen, ich muss mich hier natürlich so kurz halten, wie es geht. Deswegen kann ich immer nur ein paar Studien zeigen. Ganz, ganz wichtig. Okay, und jetzt kommen wir hier dazu, zu dem Buch, ich habe das Buch ja nicht. Dieses Buch, was in den Händen hält. Ja, ich habe das Buch ja nicht. Deswegen habe ich mir hier halt bei Google gesucht. Hier wird der Autor interviewt und hier kann man lesen. Er sagt, Kohlenhydrate, ob aus glutenhaltigen Lebensmitteln oder anderen Quellen, wie zum Beispiel Obst, sind kritisch, weil sie ohne weitere Faktoren die Hirnleistung beeinträchtigen. Obst, ja, Obst, Leute. Das ist ein Low-Carber, das ist ein Low-Carb-Buch. Es ist gegen Obst, gegen alle pflanzlichen Nahrungsmittel, die Kohlenhydrate enthalten zumindest. Und das stellt er vor und dieses Buch feiert er. Daher hat er seine Information, könnt ihr euch das vorstellen. Ein Buch gegen Obst, könnt ihr euch das vorstellen. Und das gibt er auch wieder, das sagt er auch selber in diesem Video hier. Ihr werdet es nicht fassen, was er hier von sich gibt. Aber ganz wichtig zu wissen, ja, das ist ein Low-Carb-Buch. Er pusht ein Buch von einem Low-Carber, das gegen Obst und pflanzliche Nahrungsmittel ist. Das muss man sich mal reinziehen. Hier ist auch in den Kommentaren, hier lesen wir den allerobersten Kommentar, da steht, Problem ist, dass jeder etwas anderes sagt und man bald nicht mehr weiß, was man glauben soll. Und das ist der absolute Klassiker, den ich auch natürlich häufig lese. Dafür gibt es eine ganz einfache Lösung. Und diese Lösung lautet, man setzt sich vor eine Wand und überlegt mal selber. Ja, diese ganze Unsicherheit, die kommt daher, weil diese Person, die diesen Kommentar geschrieben hat, zum Beispiel, nicht seinen eigenen Verstand benutzt. Man setzt sich hin, hat seinen Verstand ausgemacht, so macht es jeder. Ja, also braucht man sich nicht angegriffen fühlen. Haltet sein Gehirn aus und dann nimmt man Informationen auf. Der eine sagt Pro-High-Carb, ja, Argumente pro-High-Carb, der andere gegen-High-Carb. Ja, und jetzt weiß man nicht. Siehst du zum Beispiel, vielleicht hat diese Person, die den Kommentar geschrieben hat, ein Video von mir gesehen. Ich war für High-Carb und jetzt sieht er so ein Video und er sagt, High-Carb ist schlecht in diesem Video. Ja, und jetzt ist er verwirrt. Und das liegt daran, weil diese Person nicht selber nachdenkt. Denk nach. Ja, hier ganz kurz das Paradebeispiel. Da geht ein MyLab hin und sagt, Milch ist gesund, senkt Krebsrisiko. Da geht ein Lichtblick hin und sagt, Milch verursacht Krebs. Wer von beiden hat recht? Du kannst keine Studien lesen, du kannst kein Englisch. Wer von beiden hat recht? Wie kannst du das entscheiden, ohne überhaupt die Studie anzugucken? Du kannst das entscheiden, indem du deinen eigenen Verstand benutzt. Du setzt dich vor die weiße Wand und überlegst mal ein bisschen. Und dann kommst du vielleicht auf solche Sachen. Dann kommst du vielleicht auf den Punkt Inhaltsstoffe. Du setzt dich hin und denkst, ist etwas in der Milch, was krebspräventiv wirkt? Ansonsten kann es ja nicht das Krebsrisiko senken. Jetzt gucken wir uns an. Tierprodukte, das links. Es besteht nur aus Krebsauslösern. So wie mein Blockbuster Nummer 1 über Simon Teichmann. Was hat Simon Teichmann da gesagt? In Milch, und ich zitiere, in Milch ist kein Inhaltsstoff, der Krebs auslöst. Zitat Ende. Okay? Habe ich ja euch gezeigt, haben wir besprochen. Und ich habe dann gezeigt, dass Milch nur Krebsauslöser enthält, wenn du das Wasser rausziehst. Und Vitamine, Mineralstoffe sind ja auch bei Pflanzen nicht aufgeführt. Es enthält nur Krebsauslöser. Okay? Deswegen gibt es ungefähr 10.000 Studien, die zeigen, dass Milch Krebs auslöst. Okay? Ganz logisch. Deswegen, diese übelste Verwirrung, die kommt daher, weil man seinen eigenen Verstand nicht benutzt. Trau dich, deinen eigenen Verstand zu benutzen. Einfach mal trauen und dann schreibt man auch solche Kommentare nicht mehr und ist nicht mehr verwirrt. Und das Krasse an diesem Video ist natürlich, ihr wisst ja, dass die ganzen Low Carver und Fitness YouTuber, die haben keine Dislikes auf ihren Videos. Okay? Könnt ihr das sehen? Könnt ihr das sehen? Ich war übelst überrascht, übelst überrascht, positiv überrascht, wie viele Dislikes das Video hat. Das zeigt schon, dass das Video irgendwas mit diesem Video hardcore nicht stimmt. Ja, richtig hart nicht stimmt. Normalerweise haben solche Leute, Low Carver, Fitness YouTuber und so, die haben keine Dislikes. Die haben zwischen 95 und 99% Likes. Man sieht den Dislike-Balken nicht. Das Rote sieht man nicht. Ja, das ist winzig klein immer bei den Videos. Weil die sagen das, was der Mainstream hören will und der Mainstream feiert die dafür. Okay? Die machen ein Video, Eier sind gesund, enthalten diese gesunden Sachen. Von den ungesunden reden wir mal nicht. Machen zwar nur 99% des Eis aus, aber lassen wir einfach mal weg. Wir reden nur vom Positiven und erzählen den Leuten, zeigen denen eine Studie der Eierindustrie, wie Eier den Cholesterinspiegel nicht anheben. Ja? Video 99% Likes. Ja? Weil alle essen Eier. Deswegen feiern die alle das Video. Und hier, guckt euch das mal an. Der hat hier ungefähr, ich würde mal sagen, 60% Likes. 40% Dislikes. Ja? Da weiß man schon, da ist irgendwas richtig hart kaputt in diesem Video. Ja? Ein Fitness-Youtuber mit so vielen Dislikes. Puh! Da ist richtig was kaputt. Und das gibt mir wenigstens ein bisschen Hoffnung in die Menschheit. Ja? Ein bisschen. 1463 geistig gesunde Menschen haben das Video gesehen. Ja? Deswegen gibt wenigstens ein bisschen Hoffnung. Wenn hier auch wieder 95, 99% Likes wären, dann würde ich einfach nur, ne? Ich würde einfach nur kaputt gehen daran. Ja? Weil sowas kann ein Mensch ja nicht glauben. Das ist ja absolut unmöglich. Deswegen fangen wir mit dem Video an. So Freunde, euer Simon hier. Es ist Freitag. Wir haben Thema Wissen und Lifestyle. Und heute mit großer Wahrscheinlichkeit eins der wichtigsten Themen, eins der wichtigsten Videos überhaupt, wenn es um das Thema Ernährung, richtige Ernährung, nicht nur Diät, sondern wirklich richtige Ernährung geht. Und zwar geht es heute um High Carb, Low Fat. Es geht wirklich um High Carb, Low Fat. Es gibt immer noch... Guck mal, was da steht. Es gibt immer noch Menschen, ich muss es wirklich sagen, wir machen ja, ich mache ein bisschen was über die Ernährung, über unterschiedliche Diäten und es gibt immer noch Menschen, die fragen, Simon, wie ist denn High Carb, Low Fat? Und was ich viel schlimmer finde, es gibt immer noch Leute und da nenne ich auch einfach Namen. Ich habe überhaupt nichts gegen die Menschen, aber es gibt sehr, sehr viele, auch sehr, sehr große YouTuber, Karl S. zum Beispiel, die empfehlen tatsächlich eine High Carb, Low Fat Ernährung. Und es ist nicht nur eine schlechtere Alternative und es ist auch nicht nur meine Meinung, sondern es ist gar keine... Doch, es ist deine Meinung. ...deine Alternative. High Carb, Low Fat ist schlecht. Es ist ungesund, es macht euch krank. Es ist absolut nicht... Es ist gar keine Option für niemanden. Also da habt ihr es gehört, High Carb macht euch krank. Ihr wisst auch aus meinem ersten Blockbuster, da habe ich das Video verlinkt, wo der sagt, er ist Wissenschaftler und Studienexperte, der Studien studiert hat und schon wieder ein Video, wo er keine einzige Studie zeigt und keine einzige Studie verlinkt. Okay, das sind wieder seine Beweise. Er hat alles, was er hier erzählt aus dem Buch, aus einem Low Carb Buch gegen Obst. Und er sagt, High Carb ist ungesund und macht euch krank. Okay, gucken wir mal nach. Ich habe hier Studien vorbereitet. Hier zum Beispiel die erste Studie, eine High Carb Studie. Ich kann so und so nach dem Schauen seines Videos sagen, dass er noch nie, er ist nicht in der Lage oder hatte keine Lust oder was auch immer, in die medizinische Datenbank zu gehen und sich anzugucken, Studien über High Carb oder Studien über Low Carb. So was sollte man machen, wenn man so ein Video dreht, oder? Das hat er nicht gemacht. Er hat noch nie in seinem Leben eine High Carb Studie gelesen. Er hat noch nie in seinem Leben eine Low Carb Studie gelesen. Kommen wir auch gleich im Video nochmal dazu. Da hat er so ein Anzeichen dafür gemacht. Und von daher, hier, ich habe einfach mal zwei Studien herausgesucht über High Carb Ernährung. Was passiert, wenn man Menschen auf eine High Carb Ernährung setzt? Hier zum Beispiel eine neue, randomisierte, kontrollierte Interventionsstudie. Eine Gruppe wurde auf eine High Carb Ernährung gesetzt. Die andere Gruppe hat ihre Ernährung beibehalten. Ergebnis nach 16 Wochen, die High Carb Gruppe hat Körperfett verloren, die Insulinresistenz ist gesunken und sie haben viszerales Fett verloren. Und es wurde sogar nach Kalorienaufnahme adjustiert. Nicht, dass man sagt, es lag an der veränderten Kalorienaufnahme. Und jetzt, zieht euch das mal rein, habe ich auch gelb markiert. Kohlenhydrate korrelieren negativ, da steht negativ mit BMI. Das heißt, korreliert negativ. Je mehr Kohlenhydrate du isst, umso mehr fällt es. Umso mehr fällt dein BMI, umso mehr fällt dein Körperfett, umso mehr fällt viszerales Fett. Also umso mehr verlierst du davon und umso besser wird deine Insulinsensitivität oder deine Insulinresistenz wird weiter abgebaut, je mehr Kohlenhydrate du einbaust. Und das ist ganz genau das, was die Wissenschaft auch über Diabetes Typ 2 sagt. Kohlenhydrate sorgen dafür, dass dein Insulin besser arbeiten kann. Es kann nur arbeiten, wenn du Kohlenhydrate zu dir nimmst. Okay, deswegen kennt ihr die ganzen Bücher, wo Typ 2 Diabetes reversed wird. Die Leute werden auf eine High Carb Ernährung gesetzt. Und von daher das dazu. Hier mal die erste High Carb Studie. High Carb macht ungesund, hat er gesagt. Hier die nächste High Carb Studie, da könnt ihr es lesen. High Carbohydrate, das ist eine Metabolic Ward Studie. Also da ist nichts mit Abfälschen. Die werden in einem Metabolic Ward gefüttert. Und Diabetiker wurden auf folgende High Carb Ernährung gesetzt. Diabetiker, habt ihr gehört, wurden auf eine High Carb Ernährung gesetzt. Die hatten vorher 40% Fett, 40% Kohlenhydrate und wurden jetzt gesetzt auf 9% Fett. Also massivst runtergesunken von 40 auf 9%. Und Kohlenhydrate angehoben massivst von 40 auf 70%. Und was ist passiert? Könnt ihr es lesen, ich habe es markiert. Die haben ihr Diabetes verloren. Okay, das ist passiert. Mit einer High Carb Ernährung. Das ist ganz genau der Punkt. Und Simon Teichmann wieder, noch nie eine Studie gelesen und verbreitet hier so einen unfassbaren Nonsens. Es ist nicht zu fassen. Für niemanden, ich werde gleich kurz noch auf ein Buch aus, bevor ihr jetzt Kritik schreibt. Ich würde mir sehr, sehr, sehr wünschen, wirklich, dass jeder, der irgendwie was Kritisches hat, bitte, jeder, der sich für Ernährung interessiert. Ich kriege nichts von dem, ich habe nichts von dem. Ja, und auch hier, das ist auch nicht wahr. Der kriegt nichts von dem, der kriegt nichts vom irgendwie Autor oder Verlag. Der kriegt aber Geld, wenn man das Buch kauft. Das ist ein Amazon Affiliate Link. Also da auch Simon, vielleicht ein bisschen transparenter sein. Dieses Buch, äh, dumm wie Brot. Ich weiß es, ich bin Amazon Partner und Amazon Affiliate und Amazon Influencer und Amazon Merch Partner. Deswegen weiß ich, wovon ich rede. Du kriegst Geld dafür, dass du dieses Buch verkaufst. Ist meiner Meinung nach Pflichtlektüre für jeden, der immer noch denkt, oder der sich für Ernährung interessiert, aber für jeden, der denkt, immer noch High Carb, Low Fat. Das ist ganz wichtig. Ich habe nichts gegen Kohlenhydrate, aber Low... Und da hört ihr, er sagt, er hat nichts gegen Kohlenhydrate. Hier geht es die ganze Zeit über Kohlenhydrate. Der hat gerade eben gesagt, High Carb macht krank. Und jetzt sagt er, er hat nichts gegen Kohlenhydrate. Also versteht ihr diese extreme Verwirrung bei ihm? Das zieht sich so durch das ganze Video. Low Fat, Low Protein, High Carb, sei gesund, sei die richtige Ernährung. Habe ich gerade eben gezeigt. Mit Studien und du kannst 50 weitere bei mir im Dokument finden. Hier in meinem Dokument, okay? ...Vergierungsform. Es hat auch nichts mit vegan oder nicht vegan zu tun. Doch. Kohlenhydrate. Du bist gegen Kohlenhydrate. Hier geht es gegen Kohlenhydrate. Gegen High Carb, weil High Carb krank macht. Kohlenhydrate sind in Pflanzen. Immer das Gleiche. Kohlenhydrate sind in Pflanzen. Pflanzen stellen Kohlenhydrate her. Du siehst, Kohlenhydrate sind nur rechts und nicht links. Deswegen, es ist nicht zu fassen, Mann. Überhaupt nicht. Es hat wirklich damit zu tun, dass eine kohlenhydratreiche Ernährung, und in diesem Buch, ich finde es ein bisschen schade, dass es heißt, dumm wie Brot. Es geht nicht nur um, wie Weizen schleichend ihr Gehirn zerstört. Es geht nicht nur um Getreide. Sehr viel um Getreide. Getreide ist eine Katastrophe in großen Mengen für unser Gehirn und für unsere Gesundheit. Getreide ist eine Katastrophe für unsere Gesundheit. Das hat er wirklich gesagt. Getreide. Davon, wovon die ganze Menschheit sich schon ernährt, ihr ganzes Leben lang. Dazu kommen wir auch schon noch. Aber die Menschen haben Getreide gegessen und sind davon halt mega krank geworden. Also Getreide ist das, was uns krank macht. Und gucken wir uns einfach mal die Wissenschaft an. Zwischen wir einfach mal in die Wissenschaft. Ich habe zwei Getreidestudien rausgesucht. Getreide. Okay. Und was finden wir in diesen zwei Studien? Was ist die Nummer 1 Todesursache auf dieser Welt? Herzkreislauferkrankungen. Das heißt nichts anderes als Arteriosklerose. Du kriegst diese ganzen Herzkreislauferkrankungen dadurch, dass sich dein Gefäß Lumen verkleinert. Dadurch, dass du einen Arteriosklerotischen Plagg aufbaust. Und da fließt dann weniger Blut durch. Davon kriegt man Herzkreislauferkrankungen. Nummer 1 Kilo auf der Welt. Was lesen wir hier? Könnt ihr das lesen? Denn Getreideaufnahme ist invers assoziiert mit dem Aufbau von Arteriosklerotischem Plagg. Liegt es an etwas anderem? Nein, es wurde auch nach anderen wichtigen Markern adjustiert. Okay. Es ist invers assoziiert. Also die, die mehr essen, haben weniger Arteriosklerotischen Plagg. Okay. Die erste Studie. Da habe ich ja noch eine Studie ausgesucht. Herausgesucht. Eine Getreidestudie. Ja, Grains. Kannst du das lesen? Eine Getreidestudie. Was zeigt die? Die, die mehr Getreide essen, haben einen niedrigeren BMI, niedrigeres Körpergewicht, schmalere Taille, niedrigeren Gesamtcholesterinspiegel, niedrigeren LDL-Cholesterinspiegel und einen niedrigeren Blutzuckerspiegel. So viel zu Getreide macht uns krank. Getreide, ein pflanzliches Nahrungsmittel. Getreide ist mega gesund. Aber es geht hier in dem Buch. Er ist gegen Getreide, also gegen Pflanzen, gegen pflanzliche Nahrungsmittel. Wenn jemand gegen pflanzliche Nahrungsmittel ist, dann kannst du die einfach nur noch an den Kopf packen. Viel, viel mehr um insgesamt um viele Kohlenhydrate oder um eine kohlenhydreiche Ernährung und wenig Fett. Ihr wisst ja, ich bin ja Psychologe, ich habe mich viel mit Neurologie beschäftigt. Ich predige, glaube ich, seit 15 Jahren, dass man wirklich gesunde Fette essen soll, dass es wichtig ist für die Gehirnfunktion, für Hormonproduktion. Wir bestehen zu einem Großteil aus Fett. Nicht nur das Fett, was ihr hier nicht haben wollt, sondern das, was ihr haben wollt. Euer Gehirn besteht zu 70% aus Fett. Wir sollten wirklich für eine gesunde Gehirnfunktion und für eine Körperfunktion, sollten wir ausreichend Fett zu uns nehmen. Er sagt hier auch, dieses unfassbare Schwachsinsargument, wir bestehen aus Fett, deswegen müssen wir Fett essen. Das Gehirn besteht aus Fett, deswegen muss man Fett essen. Das ist, sowas höre ich von kleinen Kindern, die auf meinen Kanal kommen, gibt es tatsächlich, die schreiben dann solche Sachen wie, um Fleisch zu kriegen, Fleisch, Muskulatur, muss man Fleisch essen. Wie kann aus Pflanzen Fleisch entstehen? Wie kannst du einen Muskel aufbauen mit Pflanzen? Und dann denke ich mir immer so, das ist schon sehr, sehr seltsam. Wie können dann diese Tiere hier existieren? Veganer. Vegane Tiere, wie bauen die ihre Körper auf mit Pflanzen? Die essen nichts vom Tier, die essen kein Fleisch, um ihr Fleisch aufzubauen. Die essen kein Gehirn, um Gehirn aufzubauen. Oder irgendein Fett, um ihr Gehirn aufzubauen, sondern das Fett, das sie brauchen, ist in Pflanzen drin. In Pflanzen sind alle Makronährstoffe vertreten. Aber extrem gering, der Fettgehalt ist der extrem geringen pflanzlichen Nahrungsmittel, normalerweise in den allermeisten aus einer Handvoll, sowas wie Oliven, Avocados. Aber normalerweise ist eine Ernährung eines Herbivoren, High Carb, Low Fat, davon ernähren sich die Tiere und die bauen diese Körper auf. Also er kommt hier wirklich mit dieser Sache, unser Gehirn besteht aus Fett, deswegen müssen wir Fett essen. Was für ein unfassbarer Nonsens. Nicht nur mehrfach ungesättigte Fettsäuren, nicht nur Omega 3, sondern nein, auch ungesättigte, auch gesättigte Fettsäuren sind wichtig, das wird hier alles in dem Buch beschrieben. Das ist einfach nur unfassbar, er promotet wirklich gesättigte Fettsäuren. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll, ich wirklich, ich habe mich bei einem bestimmten Punkt hier im Video, habe ich mich gefragt, ist das ein Satire-Video? Ist das wirklich, war das irgendwie am 1. April oder was? Ist das veröffentlicht worden, der wollte hier ein Scherzchen machen, der meint das wirklich ernst, der meint das ernst. Jetzt könnt ihr auch vielleicht die Dislikes bei dem Video verstehen. Der meint das ernst, der sagt, man soll gesättigte Fette essen, die sind so wichtig. Gesättigte Fette, jede Organisation, jeder Mensch erzählt euch, man soll gesättigte Fette meiden. Weil gesättigte Fette den Cholesterinspiegel anheben, sie machen Fett, sie oxidieren, sie sind mega ungesund, verursachen Entzündungen. Ich habe eine Studie rausgesucht, extra, eine Studie über gesättigtes Fett. Ihr seht, ich widerlege Ihnen jedem einzelnen Punkt, ich suche zu jedem einzelnen Punkt aus der Wissenschaft eine Studie heraus. Was zeigt diese Studie hier zum Beispiel? Diese Studie zeigt, Studie an Männern mit Prostatakrebs, je mehr gesättigte Fette, umso schneller kommt der Krebs zurück, nachdem er behandelt wurde. Je schneller kommt er zurück, je mehr gesättigtes Fett du isst. Deswegen, das ist nicht zu fassen, er promotet gesättigtes Fett, am besten so ein verbranntes Fleisch, vollgestopft mit Karzinogen ohne Ende. Sowas muss man promoten. Und er ist gegen Pflanzen, gegen Getreide, gegen Kohlenhydrate. Ich habe geschrieben, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht zu tief verrenne. Das werde ich nach und nach in Videos machen, heute wirklich ein Überblick, weil ich einfach damit aufräumen will, mit diesem High Carb, Low Fat. Es ist ungesund. Wir sind einfach darauf, ja, wir sind abhängig. High Carb ist ungesund, dann sind Pflanzen ungesund, dann sind Pflanzen das, was die Menschen ungesund macht. Okay, dann ist das hier, was die Menschen ungesund macht. Das, was rechts steht. Das ist, was Menschen ungesund macht, ja. Alles klar. Von guten Fetten in unserer Nahrung. Wir sind genauso abhängig von guten Eiweißen in unserer Nahrung. Genau, deswegen, deswegen, ich kann immer noch wieder das Gleiche zeigen, deswegen sind gesunde Fette und gesunde Proteine und gesunde Kohlenhydrate in Pflanzen drin. Es gibt kein Nahrungsmittel, wo irgendein Protein fehlt, irgendeine Aminosäure fehlt, irgendwo von zu wenig drin ist, es ist alles automatisch drin. Deswegen gibt es Tiere, die ganze Tierwelt lebt davon, weil alles überall drin ist. Ja, wir brauchen Fette, ja, wir brauchen Proteine, deswegen sind sie überall drin. Nenn mir ein Nahrungsmittel, wo kein Protein ist. Ein Nahrungsmittel, eine Pflanze heißt das, ne. Deswegen, nenn mir ein Nahrungsmittel, wo kein Protein drin ist. Nenn mir ein Nahrungsmittel, wo kein Fett drin ist. Nenn mir ein Nahrungsmittel, wo kein Fett drin ist. Wir sind nicht abhängig von Kohlenhydraten in unserer Nahrung. Es gibt keine Krankheit, es gibt keine Störung, ganz im Gegenteil, die auftritt, wenn ihr wenig Kohlenhydrate esst. Ganz im Gegenteil. Es gibt keine Krankheit, keine Störung, also das heißt kein Problem, wenn man wenig Kohlenhydrate isst. Also Low Carb. Low Carb. Low Carb. Seht ihr? Und hier ist wieder das Paradebeispiel. Der Typ hat noch nie in seinem Leben eine Studie gelesen oder gesehen. Der ist nicht hingegangen in die wissenschaftliche Datenbank PubMed und hat nach Studien zu Low Carb gesucht. Was passiert, wenn man weniger Kohlenhydrate isst? Hat er nicht gemacht, aber wisst ihr, wer das gemacht hat? Ich habe das gemacht. Gucken wir uns Studien an zu Low Carb. Könnt ihr das sehen? Low Carb. Du kannst einfach hingehen und gucken in die Wissenschaft. Ist Low Carb gesund oder nicht? Guck in die Wissenschaft herein. Was er nicht gemacht hat. Low Carb. Eine Studie über Low Carb. Was hat die Studie festgestellt? Eine Low Carb Ernährung führt zu mehr kardiovaskulären Erkrankungen. Das ist logisch, weil Low Carb, du meinst Pflanzen, du isst mehr Tierprodukte, du isst mehr gesättigtes Fett, du isst mehr Cholesterin und hast dann mehr kardiovaskuläre Erkrankungen. Also Nummer 1 Kilo auf der Welt. Du hebst das auch noch an. Du willst, dass noch mehr Menschen davon sterben. Es stirbt schon jeder Zweite daran. Du willst, dass noch mehr davon sterben. Okay. Wollt ihr noch eine Studie sehen? Eine Low Carb Studie? Guckt einfach mal in die Wissenschaft rein. Was hat diese Low Carb Studie festgestellt? Was passiert mit Menschen, die sich Low Carb ernähren? 31% höhere Allgemeinsterblichkeit. Also das heißt, du stirbst an irgendwas schneller. Du stirbst schneller an irgendeiner Krankheit. Und kardiovaskuläre Erkrankungen waren erhöht, aber nicht signifikant. Deswegen, Simon Teichmann, es gibt kein Hinweis darauf, dass es irgendein Problem gibt, wenn man weniger Kohlenhydrate isst. Doch, hier, ich beweise es dir mit Studien. Wo sind deine Studien? Und noch eine Sache. Hier, ich habe hier mein Dokument an einer bestimmten Stelle angehalten. Simon Teichmann, diese zwei Studien sind ja nicht genug gegen Low Carb, dagegen, dass es ein Problem gibt, Kohlenhydrate zu meiden, weniger Kohlenhydrate zu essen. Was bedeutet, dass du Low Carb machst und irgendwas anderes isst, zum Beispiel Fett. Hier, Studien, Anti-Low Carb Studien. Hast du noch nie gesehen, noch nie gehört, oder? Das ist nicht zu fassen. Woher kommt das? Guck mal, wie viele Videos ich darüber gemacht habe, wo ich die Studien besprochen habe. Noch nie gehört. Ja, weist den Simon darauf hin. Was ist damit? Wer hat sich das hier ausgedacht? Okay, habe ich das mir ausgedacht? Oder habe ich in die Wissenschaft reingeguckt? Im Gegenteil, es ist ein sehr, sehr neues Buch mit hunderten von Studien, neuen Studien, nicht so Schrottstudien. Da sagt er jetzt auch was, da kann man einfach nur drüber lachen. Er zeigt hier ein Buch und sagt, dass so ganz tolle Studien sind in einem Low Carb Buch gegen Obst. Ganz tolle Studien. Woher kommt uns das bekannt vor? Das kommt uns daher bekannt vor, weil es solche Bücher gibt. Ihr kennt die Bücher, Weed Belly und sowas, Grain Brain. Die Autoren sind übergewichtig. Nur mal so zur Info. Und hier zum Beispiel Dr. Gundry, The Plant Paradox. Wie heißt das auf Deutsch? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Es gibt das auch auf Deutsch. Auf jeden Fall gibt es dieses Anti-Pflanzliche-Nahrungsmittelbuch. Genauso wie das Buch, was Simon vorstellt. Und was für ein Problem. Gab es in diesem Buch. Wenn ein Mensch schon hingeht und so ein Buch schreibt, dann weißt du natürlich, dass da nur Blödsinn drinsteht als geistig gesunder Mensch. Weißt du es einfach automatisch. Ja, intuitiv, logisch. Und der Dr. Greger ist hier hingegangen, hat gesagt, okay, okay, ich werde mir das Buch angucken. Und hat die erste Quelle sich angeguckt. Die erste Quelle, seht ihr, was dort steht? Das steht tatsächlich im Buch. Ja, so im Buch. Da sind ja immer Quellangaben, so kleinen Nummern. Und er guckt sich einfach die allererste Quelle an. Der will keine Zeit verschwenden. Guckt sich die allererste Quelle an. Und da steht, dass das Essen von Fisch und Eigelb den Cholesterinspiegel massiv senkt. Du isst gesättigtes Fett, Fisch und Eigelb vollgestopfen mit gesättigtem Fett, vollgestopfen mit Cholesterin. Das senkt deinen Cholesterinspiegel. Und jetzt hat er sich die Studie angeguckt und was ist rausgekommen bei der Studie. Ihr könnt mein Video dazu gucken. Ich habe ein ganzes Video dazu gedreht. Was ist rausgekommen bei der Studie? Diese Studie ist eine Betrugsstudie. Was hat man bei dieser Betrugsstudie gemacht? Ganz interessant. Ich habe ganze Videos über Betrugsstudien gemacht, wie man die Menschen betrügt. Man geht hin. Also bei dieser Studie ist man hingegangen und hat den Menschen. Die Menschen haben eine Ernährung. Die hat gesättigtes Fett, diese Ernährung. Und man gibt den Menschen Fisch und Eigelb. Aber gleichzeitig reduziert man 50% vom gesättigten Fett, nimmt man aus der Ernährung. Also man schmeißt Tierprodukte aus der Ernährung raus. Und Fett allgemein. Schmeißt man raus, damit der Fettgehalt an gesättigten Fettsäuren um 50% fällt. Und was passiert, wenn dein Gehalt an gesättigten Fettsäuren um 50% fällt, inklusive der Nahrung, die man dazugegeben hat. Also man gibt die dazu, hat eine Fettmenge und dann 50% abgezogen. Was passiert? Wenn du gesättigte Fettsäuren um 50% reduzierst, dann fällt dein Cholesterinspiegel. Weil gesättigte Fette heben den Cholesterinspiegel an. Ja, Simon hat gesagt, gesättigte Fette ganz wichtig. Ganz, ganz klar. Habe ich euch ja auch eine Studie dazu gezeigt. Von daher, also man reduziert, man gibt denen etwas und streicht so viel aus der Ernährung raus, dass der Cholesterinspiegel fällt. Und das ist die Studie, die der Typ anführt in seinem Buch. Die allererste Studie. So fängt das Buch an. Das Essen von cholesteringesättigten Fetten senkt dein Cholesterinspiegel. Ja, das kann man nicht fassen. Das kann man nicht fassen, wie ein Mensch so ein Blödsinn erzählen kann. Und das erzählt er hier. Der erzählt hier auch die besten und tollsten Studien in einem Low Carb Buch gegen Pflanzen. Ja, kann man sich vorstellen, dass da genau solche Studien aufgeführt sind. Ja, Betrugsstudien. Okay. Das ist einfach nur nicht zu fassen, Mann. Vielleicht ganz kurz nochmal. China Study ist keine Studie. Da fängt das schon wieder an. Ich habe den deswegen auseinandergenommen im ersten Blockbuster. Der mir schreibt, aber China Study. China Study ist keine Studie. Es ist ein Sachbuch. Es ist ein Buch über Studien. Das und da könnt ihr wirklich genau... Also, die China Study. Ich sage es nochmal. Die China Study ist ein Sachbuch. In diesem Sachbuch geht es um Studien und unter anderem geht es um die China Study. Die Studie, die actually eine Studie ist. T. Colin Campbell leitet das China Cornel Oxford Project. Eine epidemiologische Studie an der Cornel University und der University of Oxford im ländlichen China. Ja, eine Studie. Simon ruft an bei der University of Oxford und erzählt denen, die China Study ist keine Studie. Mach das mal. Dann gucken wir mal, was passiert. Genau mal nachlesen. Es wurde auseinandergenommen. Es hat sich gezeigt, dass die Daten aus den Studien falsch dargelegt worden sind. Die Daten zeigen nämlich das zum Beispiel auch. Da komme ich jetzt auch zu. Die Daten wurden falsch dargelegt. Das hat der Woher von Udo Pollmer. Ja, im ersten Video alles besprochen. Guckt euch das erste Video an. Ich werde es hier überall verlinken. Dass zum Beispiel Weizen kausal für Herzerkrankungen und für andere Erkrankungen zuständig sind. Und es ist kausal. Er sagt hier tatsächlich, dass Getreide und Weizen dafür verantwortlich ist. Kausal. Kommt euch das irgendwoher bekannt vor? Hören wir uns das mal an. Es gibt keine Studie, die zwischen Milchkonsum und, also man kann es auch gar nicht geben. Man müsste eine Gruppe nehmen. Kann es ja gar nicht geben. Er spricht hier über Kausalstudien. Die ersten Minuten spricht er darüber. Das ist ganz genau das Video, was ich auseinandergenommen habe. Und er sagt hier, warum es keine Studie geben kann. Hat er eben gerade eben gesagt. Habt ihr gehört. Es kann keine Kausalstudie geben. Und hier sagt er, es gibt eine Kausalstudie. Es gibt einen kausalen Zusammenhang. Finde den Fehler. Es kann natürlich keinen kausalen Zusammenhang geben. So wie er hier richtig gesagt hat. Es kann keinen geben. Warum? Weil der Körper ein dynamisches System ist. Und es gibt eine Million Faktoren, die da rein spielen. Deswegen kann es keinen kausalen Zusammenhang geben. Aber er sagt hier natürlich, es gibt einen Kausalzusammenhang. Auf einmal. Er widerspricht hier ganz genau dem, was er da in dem anderen Video erzählt hat. Der absolute Wahnsinn. Zum Beispiel Weizen kausal für Herzerkrankungen und für andere Erkrankungen zuständig sind. Und es zeigt sich, dass zum Beispiel die Daten zeigen. Es haben mehrere Leute Daten, wirklich nochmal die Rohdaten auseinandergenommen. Und zum Beispiel Zusammenhänge in der China Study, wie, dass zum Beispiel tierische Eiweiße mit Erkrankungen, mit Krebserkrankungen usw. zu tun haben. Das stimmt nicht. Ja, das zeigt hier jede Studie, die es gibt, die diesen Zusammenhang betrachtet. Stimmt nicht. Die Rohdaten, die wurden falsch, falsch wiedergegeben in dieser... Sagt Udo Poema. China Study, die gar keine Study ist, sondern ein Buch. Doch, die ist eine Study in dem Buch China Study. Da sind neue Studien drin. Neue, neue, neue wissenschaftlich sehr, sehr gute fundierte Studien. Ja, ganz genau, solche Studien, dass man durch das Essen von Fisch und Eigelb den Cholesterinspiegel senkt. Solche Studien sind da drin, bin ich mir ganz sicher, Anti-Obst. ...eigen, dass hoher Kohlenhydratanteil in der Nahrung, wie er manchmal geprägt hat... Kohlenhydratanteil, siehst du, jetzt sagt er wieder Kohlenhydrate. Er redet ja die ganze Zeit von Kohlenhydraten. Im Getreide ist ja nicht weißer Zucker drin oder nur weißer Zucker drin. Da sind ja alle Formen von Kohlenhydraten drin. Ja, Monosacharide, Disacharide, Polysacharide, okay. Und er sagt hier Kohlenhydrate. Siehst du, am Anfang hat er doch gesagt Kohlenhydrate. Er hat nichts gegen Kohlenhydrate. Und jetzt sagt er, Kohlenhydrate verursachen die ganzen Krankheiten. Diese extreme Verwirrung. Ja, weil er selbst nicht weiß, was er dort erzählt. ...predigt wird in diesen ganzen blöden Nahrungsmitteln, in diesen ganzen blöden... ...das hoher Kohlenhydratanteil in der Nahrung, wie er manchmal gepredigt wird, in diesen ganzen blöden Nahrungsmittel-Pyramiden. Getreide, Cerealien, sehr viel Obst und Smoothies und diese ganzen... Da habt ihr es gehört. Habt ihr das gehört? Das kann man nicht fassen. Erzählt hier gerade auf, was das Problem ist. Pyramiden, Getreide, Cerealien... Getreide ist das Problem. Cerealien sind das Problem. ...sehr viel Obst und Smoothies und diese ganzen... Smoothies. Obst und Smoothies sind das Problem. Und diese Tüten für Kinder, diese Apfelmus und sowas da drin ist. Das ist das Problem hier. Das ruiniert eure Gesundheit. Ja, das... Ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen soll. Ich weiß es einfach nicht mehr. ...fruchtdinger für Kinder, diese ganzen Apfelpampen und so weiter. In kleinen Mengen absolut in Ordnung. Aber in großen Mengen und manche... In kleinen Mengen absolut in Ordnung, in großen Mengen nicht. Ja, erklär mal, erklär mir das mal. In welchen kleinen Mengen? Was sind denn kleine Mengen? Ich darf eine Banane essen, dann ist alles okay. Aber wenn ich zwei Bananen esse, dann kriege ich Probleme. Dann kriege ich Diabetes, Krebs und alles oder was. Und werde übergewichtig oder was? Was für kleine Mengen, große Mengen. Kohlenhydrate kann man unlimitiert essen. Das siehst du an jeder High-Carb-Studie. Und das zu meiden, siehst du an jeder Low-Carb-Studie, was dann mit dir passiert. Ich sage sogar, 80% der Nahrung, der Kalorien sollten aus Kohlenhydraten bestehen. Wenn ihr das so macht, werdet ihr krank. Ja, und ich habe dir gezeigt, wie krank man wird davon, von High-Carb. Ich habe dir gezeigt, wie krank man davon wird. Alzheimer. Alzheimer. Ich bin jetzt in die Wissenschaft hergegangen, extra für ihn. Ich bin jetzt in die Wissenschaft reingegangen und habe nach Alzheimer und Getreide gesucht. Okay, Alzheimer und Getreide. War nicht einfach, das zu finden, aber ich habe es gefunden. Könnt ihr das sehen? Wissenschaftliches Paper. Dass ich angeguckt habe, der Zusammenhang zwischen Alzheimer und Ernährung. Was ist dabei rausgekommen? Könnt ihr es hier lesen. Grains. Getreide ist stark. Das steht stark. Ja, strong. Invers. Assoziiert mit Alzheimer. Invers assoziiert. Das heißt, du isst mehr davon, du hast weniger Alzheimer. Okay, das sagt die Wissenschaft. Ist das ein Ding? Zeig mal diese Studie. Wie dem Simon. Parkinson. Depressiv. Ich werde hier jeden einzelnen Punkt, übrigens, ich habe für jeden einzelnen Punkt eine Studie rausgesucht. Also am Anfang für diese Krankheiten. Wenn ihr das so macht, werdet ihr krank. Alzheimer. Parkinson. 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 Wisst ihr, woher man Parkinson kriegt? Milch. Unter anderem, also Tierprodukte, also die Inhaltsstoffe. Das, was Parkinson auslöst, ist das, was die schlechten Stoffe enthält. Also das, was die Gefäße kaputt macht, auch im Hirn, die Gefäße klein macht. Guck mal mein Alzheimer-Video. Da habe ich erklärt, wie man Alzheimer kriegt und wissenschaftlich bewiesen mit Studien und Studien verlinkt. Und guck mal hier, Simon, was hältst du davon? Parkinson von Milch. Was hältst du davon? Guck mal, wie hoch steigt dein Risiko, wenn du viel Milch trinkst? Ein Prozent, zwei Prozent wären schlimm genug. Oder wie viel Prozent Milchkonsum? 130 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit für Parkinson. Ja, es wurde auch hier nach anderen Faktoren adjustiert, damit du nicht das machen kannst, was du in deinem ersten Video gesagt hast. Es liegt an etwas anderem. Das hören wir von allen Low-Carbern und Fitness-Youtubern. Oh, 130 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit. Ups. Depressionen. Sehr, sehr, sehr viele. Depressionen. Okay. Depressionen. Woher kriegt man Depressionen? Gucken wir uns die Wissenschaft an. Ich habe es extra für dich rausgesucht. Depressionen haben sehr viel mit Entzündungen zu tun. Die Entzündungsmarker sind bei denen hoch. Hier seht ihr schon, Interleukin-6, TNF-Alpha und C-Reactive Protein ist noch so ein sehr, sehr guter Marker. Und hier könnt ihr sehen, dass es hier gezeigt wird, es hat etwas mit Entzündungen zu tun. Wie entstehen Entzündungen, Simon? Wie kriegt man Entzündungen in seinem Körper? Durch Tierprodukte. Tierische, zwei Sachen verursachen Entzündungen in Tierprodukten. Das ist tierisches Fett. Gibt es nur in Tierprodukten. Alle Tierprodukte haben tierisches Fett. Auch dein Bio-Fleisch, Biomilch, was auch immer. Okay. Also tierisches Fett, weil es oxidiert ja. Es ist ja Fett, es ist ein Oxidant, es oxidiert und macht dann Entzündungen im Körper. Zum Beispiel schädigt Endothelzellen und halt Endotoxine. Du kannst die Bakterien zwar totkochen in Tierprodukten, so damit du nicht direkt die Pest davon kriegst, wenn du ein Hühnchen zubereitest. Da ist so ein bisschen Blut dran. Muss man Handschuhe anziehen. Offiziell überall empfohlen. Mit Handschuhen das Hühnchen vorbereiten, damit du nicht die Pest kriegst. Okay. Aber die Endotoxine kriegst du nicht tot. Darf ich in meinem Bakterien Video gucken. Die kannst du nicht, also die Bakterien kriegst du tot, aber nicht die Endotoxine davon. Und die sind halt pathologisch, diese Endotoxine. Die kriegst du auch mit Bleichen nicht mehr weg und mit gar nichts. Und jetzt gucken wir uns an, wie Fleisch Entzündungen verursacht. Hier die allerwichtigsten Marker, Interleukin 6, seht ihr hier oben. Hier ist TNF-Alpha und C-Reactive Protein. Siehst du, wie die Entzündungswerte steigen, okay, durch Fleisch. Das verursacht Entzündungen, also kriegst du Depressionen vor allem davon, dass du Tierprodukte isst. Also die stehen im Zusammenhang davon, wenn es jetzt ernährungstechnisch Depressionen von Ernährung kommen, kann natürlich von was anderem kommen, irgendein schlimmer Vorfall in der Familie oder so. Aber wenn wir jetzt davon reden, von Ernährung reden, dann sind das entzündliche Stoffe, die Depressionen verschlimmern. Okay, was sagst du dazu, Simon? Epileptische Anfälle und so weiter, Stimmungsschwankungen, Angststörungen, also viele, viele, viele neurologische Krankheiten. Aber natürlich auch Diabetes. Natürlich auch Diabetes. Es ist immer das Gleiche. Die Leute erzählen immer das Gleiche und deswegen bin ich hingegangen und ich habe das schon im ersten Blockbuster widerlegt. Ich bin jetzt hingegangen, die Wissenschaft und habe andere Studien gesucht, die ich noch nie gezeigt habe. Und hier zum Beispiel eine. Und das ist halt Mechanistic Data Paper. Ja, hier geht es um Mechanistic Data, ist mega kompliziert, kann man nichts machen. Und hier wird erklärt, wie man Insulinresistent wird. Und wie wird man Insulinresistent dadurch, dass man Fett isst und dieses Fett akkumuliert in den Muskelzellen. Wie nennt man das? Das nennt man Intramyocellular Lipid, ja, intrazelluläres Fett. Davon kriegst du Diabetes. Mechanistic Data Studie 1 hier. Mechanistic Data Studie 2 hier. Ja, kannst du den Titel lesen. Intramyocellular Triglyceride, also das Fett, ist entscheidend für Insulinresistenz bei Menschen. Ja, intrazelluläres Fett. Was du davon kriegst, dass du Fett isst. Okay? Hier schon wieder widerlegt oder waren das die Insulinstudien, die Diabetesstudien, woher man Diabetes bekommt, habe ich im Goku-Video, glaube ich, ne? Da habe ich drei Stück andere als diese hier gezeigt, woher Diabetes kommt. Von daher hier wieder auch diesen Punkt absolut widerlegt, dass irgendwas von Getreide oder von Kohlenhydraten kommt. Kohlenhydrate und Diabetes, ne? Man geht hin und hört. Diabetes, Blutzucker oder Zuckerkrankheit, deswegen kommt es von Zucker. Nein, es kommt nicht von Zucker. Es heißt Zuckerkrankheit, weil du Zucker im Blut hast, zu viel. Deswegen heißt es so, es wird nicht durch Zucker ausgelöst. Guck dir die Wissenschaft an. Zum Beispiel auch Arteriosklerose hat nichts mit dem Cholesterin zu tun. Es ist kein... Arteriosklerose hat nichts mit Cholesterin zu tun. Es ist einfach nur unfassbar. Das ist wirklich... Ich habe im ersten Video nicht umsonst gesagt, das ist der größte Realitätsverweigerer, den es gibt. Das Video heißt ja Simon Teichmann, der Realitätsverweigerer. Du gehst, Simon, du gehst in die Wissenschaft rein und guckst dir an, woher entsteht Arteriosklerose. Und dann findest du solche Grafiken hier. Solche riesigen Paper, das ist eines der besten Paper zu diesem Thema. Wie kriegt man Arteriosklerose hier? Siehst du das? Jeder einzelne Punkt ist eine randomisierte, placebo-kontrollierte Studie. Und man legt eine Regressionsgerade und dann kriegt man sowas hier raus. Was können wir hier sehen? Dass man... Also hier geht es um den MLD-Decrease. Das heißt, der Lumen wird kleiner, dadurch, dass sich Plak aufbaut. Und hier unten ist ein Cholesterinspiegel, je mehr Cholesterin, deswegen kleiner wird es im Gefäß, der Lumen. Okay, deswegen, ab wo haben wir keine Beweise mehr, dass sich dort Arteriosklerotischer Plak aufbaut? Ab einem Spiegel von unter 70 LDL-Cholesterin. Ja, unter 70 sollte der Spiegel sein. Hat kein Mensch, außer Veganer natürlich, weil die essen Cholesterin nicht. Okay, deswegen erreichen, habe ich auch Studien schon gezeigt, Veganer sind die einzigen, die solche Spiegel erreichen. Und man sollte ein Gesamtcholesterin von unter 150 haben. Dann ist man gesund und ist so gesagt Heart Attack Proof. Okay, und er erzählt hier, es hat nichts mit Cholesterin zu tun. Und hier extra zeige ich euch eine der größten Studien, die jemals gemacht wurde. Ihr könnt hier sehen, die Autoren, daran sieht man schon, dass irgendwas im Busch ist. Das ist eine brandneue, gigantische Studie aus 19 Ländern mit über 524.000 Teilnehmern mit einer maximalen Beobachtungszeit von 43 Jahren. Das ist das zweitgrößte Paper, was jemals veröffentlicht wurde zu Cholesterin und Arteriosklerose. Fazit der Studie, Cholesterin korreliert linear mit dem Aufbau von Arteriosklerose in den Gefäßen. So wie jede Studie, jede Studie zeigt das gleiche, widerleg mal das hier Simon. Diese schlechte Studie, okay, mit den wenig Teilnehmern, nur eine halbe Million. Und es zeigt sich das, was sich überall zeigt, ich habe es euch gerade gezeigt, und es zeigt sich ganz genau dasselbe. Ein linearer Zusammenhang. Ein linearer Zusammenhang, so sieht das dann aus. Hier haben wir Cholesterin unten und Hazard Ratio. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es eintrifft, wie hoch ist das Risiko. Es steigt linear, dosisabhängig. Je mehr du davon hast, je mehr Cholesterin du zu dir nimmst oder je höher dein Cholesterinspiegel, umso mehr Risiko hast du. Widerleg das hier mal. Kannst du hier gegen diese ganzen Doktoren mal was sagen. Von daher hier auch der größte Blödsinn ever. Arteriosklerose entsteht nicht durch Cholesterin. Das ist einfach nur unfassbar, was der Typ labert. Nein, wenn ihr viel Cholesterin esst, hat das keine Auswirkungen auf euer Risiko für Arteriosklerose. Das ist der... Doch, und das zeigt die zweitgrößte Studie, die jemals gemacht wurde. Ich habe sie gerade eben gezeigt. Ganz genau das zeigt die. Den Zusammenhang zwischen deinem Cholesterinspiegel und dem Risiko. Okay, ganz genau das wird hier gezeigt. Der Zucker, wenn der Zucker... Jetzt kommt der größte Schwachsinn, den ich in meinem Leben jemals gehört habe. Hört euch das mal an, Leute. Das ist keine Auswirkungen auf euer Risiko für Arteriosklerose. Das ist der Zucker. Wenn der Zucker das Cholesterin oxidiert, dann gibt es tatsächlich Risiken für Arteriosklerose. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Habt ihr so einen Nonsens schon mal gehört? Ja, solange ich die Wissenschaft durchforste und alle Studien, die ich jemals zu Cholesterin oder Arteriosklerose gelesen habe, noch nie, habe ich irgendwo das Wort Sugar gelesen. Zucker, Zucker oxidiert Cholesterin. Hat jemand von euch schon mal so einen Blödsinn gehört? Das ist einfach nur unfassbar, was der hier für Sachen erzählt. Und ich will nicht sagen, dass er das erfunden hat. Ich denke mal, der hat das aus dem Buch. Ja, und daher die große Frage, fragt alle den Simon, schreibt den überall an. Zeig mir die Wissenschaft, wie Zucker Cholesterin oxidiert. Zeig mir die Wissenschaft dazu. Warum blendest du die Studie nicht ein? Warum verlinkst du sie nicht? Zucker oxidiert Cholesterin. Simon, wie oxidiert Fett? Wie oxidiert Fett? Fett oxidiert durch einen Mechanismus, da heißt Lipid per Oxidation. Ja, das oxidiert das Fett. Fett oxidiert. Wenn du einen Teller nimmst und da Öl drauf gießt und du lässt ihn stehen, dann fängt er an, wie zu riechen? Ranzig. Ranzig, das heißt, es oxidiert. Es oxidiert, ohne dass du da Zucker drauf tust. Fett oxidiert doch. Jedes Fett oxidiert. Das hängt an, von was für einer Sättigung es hat, wie schnell es oxidiert. Aber Fett oxidiert ja durch Lipid per Oxidation. Das oxidiert einfach. Das ist der Prozess. Es zerfällt, es oxidiert. Das hat Fett nun mal an sich. Daher ist Fett so ein Problem. Ganz genau aus diesem Grund. Weil Fett oxidiert. Und er sagt, der Zucker oxidiert das Fett. Jetzt bitte mal den Mechanismus erklären. Wie Zucker Fett oxidiert. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Wie kann ich davon nichts gehört haben? Wenn ich mich mit Studien zu Arteriosklerose und Cholesterin beschäftige, muss das da nicht irgendwo stehen? In solchen Giga-Papern. In solchen gigantischen Papern. Warum steht hier nicht, es ist der Zucker? Warum steht das hier nicht drin? Kann mir das jemand erklären? Das würden die doch wissen, oder? Das ist der absolute Wahnsinn. Zucker oxidiert Cholesterin. Damit kann man den wirklich jetzt bis ans Ende aller Tage jagen. Mit diesem Spruch. Weil damit hat er sich wirklich sowas von ins Aus manövriert. Deswegen sage ich ja. Jetzt versteht ihr vielleicht, warum ich wirklich meinen kompletten Respekt vor ihm verloren habe. Das ist einfach nicht zu fassen, was für Sachen der hier erzählt. Diabetes Typ 2 hängt mit Zucker zusammen. Und, und. Habe ich dir gerade gezeigt, womit das Zusammenhang zusammenhängt. Ich habe dir gerade die Mechanistic Data gezeigt. Es ist das intrazelluläre Fett. Und, und. Das sind alles Krankheiten, die kausal mit einer High-K... Kausal, sagt er wieder. Kausal. Es kann nicht kausal zusammenhängen. Du hast in deinem eigenen Video gesagt, es gibt keinen kausalen Zusammenhang. Kann es nicht geben. Sagst du hier. ... Low-Fat-Ernährung zusammenhängen. Alles Krankheiten, die kausal mit einer High-Karb-Low-Fat-Ernährung zusammenhängen. Ja, deswegen habe ich hier Studien gezeigt, wo ganz genau das Gegenteil bewiesen wurde. Die High-Karb-Studien. Es gibt Krankheiten in Entwicklungsländern. Quasch-Kior-Kor heißt das. Es ist eine Art von Mangelernährung, die tatsächlich, wenn da Kinder in Entwicklungsländern zum Beispiel sehr viel Getreide bekommen. Sehr viel. Und eben, ja, High-Karb-Low-Fat sich ernähren, werden sie krank, kriegen Blähkopf, kriegen neurologische Störungen und so weiter. Es gibt keine Krankheiten, wenn sich zum Beispiel Völker wie Eskimo-Völker... So, das ist auch der Punkt, ne? ...über diese Krankheit. Wo habe ich das hier? Ah, hier genau. Die Krankheit Quasch-Kor entsteht, wie er selbst richtig gesagt hat, durch extreme Mangelernährung. Und dann sagt er, die kriegen durch das viele Getreide, er sagt viel Getreide, die kriegen viel Getreide und sind mangelernährt. Wie funktioniert das denn? Also ist das jetzt eine Mangelernährung oder nicht? Extreme Mangelernährung bedeutet, sie haben nichts zu essen. Das bedeutet extreme Mangelernährung. Die kriegen ein Stück Brot, Getreide und ein Glas Wasser. Das ist ihre Ernährung. Und davon kriegen die diese Krankheit. Und die Hauptursache von dieser Krankheit, Quasch-Kor, ist Proteinmangel. Proteinmangel, Proteinmangel gibt es hier in der westlichen Welt nicht, das gibt es aber natürlich in Afrika. Du hast einen Mangel an einfach allem, wenn du nichts isst. Absolut unfassbar. Und die Kinder wurden mit Getreide ernährt und haben Proteinmangel gekriegt. Simon, auch wieder komplette Verwirrung bei ihm. Das hier ist Getreide, ja das ist Hafer. Getreide, wisst ihr wie viel Eiweiß da drin ist? Extrem viel. Das hat auf 100 Gramm 13,5 Gramm Eiweiß. Getreide ist sehr hochwertig in Eiweiß. Es hat sehr viel Eiweiß, genau wie Nudeln. 12 Gramm Eiweiß haben auf 100 Gramm. Also sie kriegen durch viel Getreide Proteinmangel, aber hier ist viel Protein drin. Er gibt null Sinn, was er dort erzählt. Wenn die viel Getreide haben, nehmen die viel Protein zu sich. Aber diese Krankheit kommt durch Proteinmangel. Wie du hier in diesem Buch nachlesen kannst. Die kriegen das davon, dass sie nichts zu essen haben. Davon kriegen die diesen Blähbauch. Und nicht davon, dass sie Getreide essen, wie der das aufs Getreide schiebt. Und da seht ihr ganz genau, wie er arbeitet. Er geht wirklich systematisch nach diesem Anti-Pflanzen-Anti-Obst-Buch. Und erzählt hier einen Wahnsinn einfach nur, dass es nicht zu fassen. Wenn sich zum Beispiel Völker wie Eskimo-Völker und so weiter sehr sehr fettreich ernähren. Seit Anfang der 90er Jahre. Ja, hier ganz wichtig. Es gibt keine Krankheiten, wenn sich zum Beispiel Völker wie Eskimo-Völker und so weiter sehr sehr fettreich ernähren. Es gibt keine Krankheiten bei den Eskimos. Kommt euch das irgendwoher bekannt vor? Ja, das kommt mir hier sehr sehr bekannt vor. Aus der Low-Carb-Szene. Dieser unfassbare Nonsens. Menschen wie zum Beispiel Eskimos haben keine Krankheiten. Oder sind gesund. Oder wenigstens gleich gesund wie alle anderen. Was für ein Blödsinn. Wieder null, wieder null Verstand. Einfach nur Eskimos gehen hin und ernähren sich fast ausschließlich von Tierprodukten. Oder zum Teil sogar, ich glaube, jahreszeitabhängig komplett nur von Tierprodukten. Und die sind nicht krank und haben keine Probleme und alles. Guckt ihr die Wissenschaft an. Eskimos haben erheblich mehr Schlaganfälle. Doppelt so hohe Sterblichkeitsraten. Und die Lebenserwartung ist 10 Jahre kürzer als beim Durchschnitt. Ergibt das Sinn? Leute, ergibt das Sinn? Die essen zum Teil nur Tierprodukte. Nur das, was links steht. Und sind kranker als alle anderen. Ergibt das Sinn? Wie das behauptet Simon, das 100%ige Gegenteil. Null Beweise. Einfach nur daher gesagt. Es ist nicht zu fassen. Seit Anfang der 90er Jahre, in denen angefangen wurde zu predigen, ihr müsst die Nahrungsfette senken. Ihr müsst mal so ein bisschen die Carbs hochschrauben. Seit diesen 90er Jahren ist Diabetes Typ 2, sind Alzheimererkrankungen nach oben geschossen. Wie verrückt. Okay, und da sprich jetzt ganz genau diesen unfassbaren Blödsinn an mit der Low-Fet-Ära. Ich habe ein ganzes Video darüber gemacht. Der Witz an der Sache ist, wenn du dir die Wissenschaft anguckst und die Datenlage, es gab niemals eine Low-Fet-Ära. Es wurde gesagt, Fett ist schlecht, aber keiner hat sich daran gehalten. Die Menschen haben weiter gegessen und guckt ihr einfach mal die Wissenschaft an. Könnt ihr hier sehen, Added Fat seit 1909. Seht ihr hier, was mit Öl abgeht? Seht ihr hier, was mit Öl abgeht? Fett ist immer weiter hochgegangen. Hier, die nächste Grafik von 1900, ab 1910. Das Schwarze ist Fett. Okay, Total Fat Consumption. Es geht hoch. Es gab niemals eine Low-Fet-Ära. Könnt ihr das sehen? Ich habe hier Grafik nach Grafik. Ja, genau. Krankheiten gehen hoch, weil die Menschen immer mehr Fett essen. Ja, immer mehr Fett. Und was essen sie? Hier noch eine Grafik. Immer mehr Fett. Und immer mehr Fett. Und sie essen was? Sie essen weniger Zucker. Wisst ihr warum? Weil es sowas gibt wie Low-Carb. Und alle Menschen machen Low-Carb und meiden Kohlenhydrate und Zucker. Ja, und Low-Carb heißt nicht Low-White-Sugar, sondern Low-Carb. Also sie meiden allgemein Kohlenhydrate. Könnt ihr das sehen? Zucker geht runter, alles andere geht weiter hoch. Wie ich euch vorher auch gesagt habe. Diabetes, alles geht hoch. Und Kohlenhydrate werden gemieden, weil die Menschen halt ganz genau auf solche Leute hier hören und ihren Verstand nicht einschalten und überlegen. Es gab niemals eine Low-Fet-Ära. Die hat es niemals gegeben. Steht alles hier drin. Es gibt zig Studien. Ihr müsst einfach mal darüber nur nachdenken. Wir haben viele, viele, viele Tausende, zwei Millionen Jahre haben wir uns hauptsächlich von Fett ernährt. Der Mensch hat sich hauptsächlich von Fett ernährt. Mann, das kann nicht dein Ernst sein. Das kann nicht dein Ernst sein. Was für ein Fett. Von was für einem Fett hat sich der Mensch denn ernährt? Der Mensch hat sich wovon ernährt? Von dem, von ganz genau das, wogegen er hier kämpft? Gegen Getreide. Der Mensch hat sich seit Anbeginn der Zeit von Getreide ernährt. Lest euch mal die Wissenschaft durch und dann wisst ihr Bescheid. Der Mensch hat sich von Fett ernährt. Was für ein Fett hat er denn gegessen? Natürlich hat er ein paar Tierprodukte gegessen. Aber sein Staple Food waren Kohlenhydrate, vor allem Getreide. Ich habe hier ein paar Punkte aufgeschrieben. Guckt euch einfach die Wissenschaft an. Neandertaler lebten von, von was? Von Wurzeln und Kartoffeln. Warum? Weil man sie lagern konnte. Verrottende Kadaver kannst du nicht lagern. Die gehen doch direkt kaputt. Da gab es keine Konservierungsstoffe und nichts. Deswegen hat man das gegessen, was man konservieren konnte. Okay. Der Neandertaler lebten von Wurzeln und Kartoffeln. Amaranth, das Korn der Azteken, nennt man das, war das Grundnahrungsmittel der Azteken. Quinoa, das heilige Korn, war das Grundnahrungsmittel der Inkas. Ganz Asien hat sich von Reis ernährt. Hirse, das älteste Getreide der Menschheit. Ganz Afrika ist darauf gelaufen. Wovon hat sich Europa ernährt? Weizen, Roggen, Gerste. Hafer, das Essen der Kelten und alten Germanen. Kohlenhydrate, Getreide. Ganz genau das, wogegen er hier schießt. Davon hat sich die Menschheit, die ganze Existenz der Menschheit, seitdem wir auf diesem Planeten sind, haben wir uns davon ernährt. Vor allem am Anfang mit den Sachen, die da waren, sowas wie Wurzeln und sowas. Hier, ich habe hier noch weitere Beweise dafür. Hier, kannst du lesen. Lies dir mal diese hier Review durch The Importance of Dietary Carbohydrate in Human Evolution. Was haben die Kohlenhydrate damit zu tun, mit der Entwicklung des Menschen? Er spricht hier wahrscheinlich ganz genau wieder darauf an, auf diesen unfassbaren Blödsinn, dass das Hirn sich entwickelt hat durch das Essen von Fleisch. Nein, hat es nicht. Lest dir die Wissenschaft durch, das Hirn hat sich entwickelt, weil der Mensch das Feuer entdeckt hat. Und mit dem Entdecken des Feuers konnte er was machen? Er konnte stärke, das, wovon er sich am Anfang, ganz am Anfang der Zeit ernährt hat, konnte er kochen. Und wenn du kochen kannst, kannst du viel mehr davon essen. Kannst du eine Kartoffel, du hast so eine Riesenkartoffel, versuch die mal zu essen roh. Kannst du nicht. Aber gekocht kannst du. Kannst du auch zwei davon essen, so Riesenkartoffeln. Ja, weil du halt die, du brichst die Stärke, ja, die Stärke verändert sich und dann kannst du die besser verdauen und deswegen kannst du mehr davon essen, ist leichter zu essen. So hat sich das Gehirn entwickelt. Mit Potatoes haben die Menschen, haben das Hirn groß gemacht der Menschen. Ja, das, davon hat sich der Mensch ernährt, von Getreide, seit Anbeginn der Zeit. Ganz am Anfang halt von solchen Sachen hier. Ja, von Fett hat er sich ernährt, Mann. Das kann nicht dein Ernst sein. Darauf ist unser Organismus einfach abgestimmt. Und jetzt wird immer gut... Ja, darauf ist unser Organismus abgestimmt. Er hat mal ein Video gemacht. Ich glaube, ich hatte das mal vor Jahren erwähnt. Er hatte gesagt, der Mensch hat sich an alle Nahrungsmittel angepasst, deswegen gibt es nichts Schädliches, hat er mal gesagt. Und hier erzählt er, diesen Blödsinn, der Mensch hat sich an Fett angepasst, deswegen sollen wir Fett essen. Manche werden jetzt wahrscheinlich irgendwie denken oder schreiben wollen, nein, aber wir leben doch schon so lange. Nein, auf die Zeit gesehen, zwei, drei Millionen Jahre, sind diese 10.000 Jahre, in denen wir Getreide reicher essen, nichts. Und eigentlich so wirklich High Carb essen wir auch erst viel kürzer, wo sich das Getreide geändert hat, wo eben Zucker, wirklich es geht um Zucker und verändert... Ja, er sagte, es geht um Zucker. Ein Satz davor sagt er Getreide, also geht es um Kohlenhydrate und nicht um den Zucker also, den weißen Zucker. Also er redet die ganze Zeit von Kohlenhydraten. Merkt man ja auch, hat er jetzt hundertmal gesagt, auch Obst und Smoothies, da ist ja kein weißer Zucker drin, da sind ja ganze Kohlenhydrate. ...fette und diese Kombination davon. Seit der Zeit schießen die Krankheiten in die Höhe. Es gab... Ja, und ich habe dir gerade gezeigt, warum, wegen dem Fett, das immer weiter steigt. Ja, Menschen, die einfach mal durch Alltag gestorben sind, weil der Körper einfach aufgehört hat zu funktionieren, das gibt es gar nicht mehr. Menschen sterben an Krankheiten, die ja einfach ausgelöst sind durch Kohlenhydrate, durch Zucker. Durch Kohlenhydrate. Zucker. Er sagt der Zucker, weil er ein bisschen verwirrt ist, deswegen muss er Zucker da reinschmeißen, weil Kohlenhydrate sind Pflanzen, ergibt keinen Sinn, deswegen sagt er Zucker danach. Ich sage ja, die übelste Verwirrung, was für einen Zucker hat denn ein Obst? Ein Obst ist kein weißer Zucker drin. Also verstehst du, da sind auch einfach Zucker drin, aber immer wenn Menschen Zucker sagen, meinen die irgendwie weißen Zucker, aber der meint Kohlenhydrate. Alzheimer, Demenzerkrankungen, alles hat alles... Habe ich alles widerlegt mit Studien. Wo sind deine Studien? ...alles nachweislich mit einer High-Carb-Ernährung zu tun. Nachweislich, genau. Ich habe dir gerade das Gegenteil mit tausend Studien belegt. Das sollte euch wirklich beschäftigen und auch der Sportler, die Fettsucht, Hunger. Menschen werden immer fetter. Das ist eine Tatsache. Jetzt könntet ihr sagen, ja, aber die essen ja immer mehr. Aber warum essen sie denn mehr? Warum essen Menschen denn mehr? Weil sie durch diese ganze High-Carb-Ernährung einfach mehr Hunger kriegen. Das natürliche Hungergefühl, der Appetit, das Ganze wird komplett durcheinander gebracht. Die Verstoffwechselung von Fett, von Reserven, wird einfach absolut verhindert durch eine High-Carb-Ernährung. Okay, und hier wieder, es ist absolut unfassbar. High-Carb, die Menschen werden Fett von High-Carb. Okay. Okay. Erstens gucken wir uns die Wissenschaft an. Gucken wir uns die Wissenschaft an. Wer hat den niedrigsten BMI? Die, die die meisten Pflanzen essen, die, die die meisten Kohlenhydrate essen, haben die niedrigsten BMI. BMI ganz oben links. Die haben die niedrigsten BMI. Gucken wir uns weiter an. Body Mass Index, hier BMI nochmal in so einer Grafik aufgeführt, mit anderen Daten, 60.000 Teilnehmer und, äh, ja, wer isst die meisten Kohlenhydraten? Simon, bitte, benutze einmal deinen Verstand, okay, und beantworte die Frage, welche, in welcher, bei welcher Ernährungsform isst man die meisten Kohlenhydrate? Du hast es ja selbst gesagt, die High-Carber. Die konzentrieren sich auf Kohlenhydraten. Und jetzt, da High-Carb Fett macht, sind High-Carber die schlankesten von allen Menschen. Da steht HC, LF, High-Carb, Low-Fat, Vegan, hat den niedrigsten BMI. Wie ergibt so etwas Sinn? Die Menschen, die die meisten Kohlenhydrate essen, wie ich, sind die schlankesten Menschen in unserer Gesellschaft. Hier ist der Beweis. Wie ergibt so etwas Sinn, wenn, äh, Kohlenhydrate dazu führen, dass man mehr isst, verhindern, dass das Körperfett verbrennt? Wieso gibt es dann sowas? Es muss ganz genau andersrum sein. Es muss ganz genau andersrum aussehen. Vegan ist ganz hoch und dann, je weniger Kohlenhydrate du isst und je mehr Fett, desto kleiner wird es und das ist ganz genau andersrum. Simon, erklär mir das mal. Okay? Es ist absolut nicht zu fassen. Auch hier wieder die Logikfrage. Du guckst in die reale Welt heraus. Du guckst dir High-Carber an. Wie sehen High-Carber aus? Wie sehen die Menschen aus, die sich nur auf Kohlenhydrate konzentrieren? Die sich den ganzen Tag von Getreide, weißen Zucker und alles ernähren? Wie sehen die Menschen aus? Hier, Saft trinken, das ist Zuckerwasser. Das hat 108 Gramm Zucker, diese Packung. Wie sehen diese Menschen aus? Wie fett bin ich? Guck dir meine Body-Videos an. Wie fett sind wir High-Carber alle? Zeig mir einen dicken High-Carber. Kannst du nicht? Genau, weil alle, die auf High-Carber umstellen, die werden schlank. Die verlieren ihr ganzes Körperfett. Was dir jede Studie zeigt. Okay? Erklär das mal. Vielleicht wird man Fett von Fett. Man isst Fett und das wird in die Fett-Depots eingelagert. Wie wäre es damit? Wir werden noch viel, viel, viel genauer auf die einzelnen Themen, wie zum Beispiel Cholesterin, eingehen, weil Cholesterin gut ist, gesund ist. Haben wir gesehen, wie gesund Cholesterin ist. Simon, ich habe eine Studie für dich rausgesucht, die dir auch sehr, sehr gut gefallen wird. Es ist eine Meta-Analyse. Ich habe extra nach einer guten Studie gesucht. Es ist eine Meta-Analyse. Du hast gerade gesagt, Cholesterin ist gut. Hier eine Gegenstudie. Bauchspeicheldrüsenkrebs. Meta-Analyse. 8% höheres Risiko für Bauchspeicheldrüsenkrebs für jede 100 Milligramm Cholesterin, die man isst. Also du isst 100 Milligramm, 8% Steigerung für Bauchspeicheldrüsenkrebs. Du isst 200 Milligramm, steigt es auf 16%. Ja, und das steigt, also dosisabhängig, um 8% pro 100 Milligramm. Wie viel Cholesterin hat ein Ei? Zwischen 300 und 400 Milligramm. So gesund ist Cholesterin. Guckt ja auch sehr gerne meine ganzen Studien an zu Cholesterin und Krebs. Es ist nicht zu fassen. Es hat sich gezeigt, dass Menschen mit einem höheren Cholesterinspiegel länger leben. Dann zeig mir mal diese Studie. Sehr schön, dass du die Studie zeigst. Je höher der Cholesterinspiegel ist, umso länger leben sie. Also je mehr Tierprodukte sie essen, da ist Cholesterin nur in Tierprodukten, umso länger leben sie. Das ist nicht zu fassen, Mann. Das ist nicht zu fassen, ist das Satire. Das kann einfach nicht wahr sein, dass ein Mensch sowas erzählt. Das kann einfach nicht sein. Dieser Höchst- oder Hochwert des Cholesterin-Werts, das ist nur ein festgesetzter Wert von der Pharmaindustrie, der einfach mal so jahrzehntelang so ein bisschen nach unten gedrückt wurde, damit mehr Arzneimittel verkauft werden. Und, und, und. Das ist ein Thema, was mir unglaublich am Herz liegt. Und bitte, bevor ihr einfach grundlos oder dumm irgendwelche Kommentare schreibt, aber der hat doch gar keine Ahnung, bitte beschäftigt euch mit Studien. Ja, genau. Beschäftige du dich mal mit Studien, weil du das noch nie in deinem Leben gemacht hast. Beschäftigt euch mit dem Thema, beschäftigt euch mit eurem Körper. Ihr besteht nicht aus Zucker. Es fasst sogar, ne, so ein, so ein... Du bestehst aus, äh, Fleisch, deswegen musst du Fleisch essen, ne? Kindergartenlogik, das ist unfassbar. Wie entsteht ein Elefant? Ähm, so ein Sprichwort, du bist doch nicht aus Zucker, ne? Äh, das ist, äh, genau. Du bist nicht aus Zucker. Du bestehst aus Aminosäuren und aus Fetten. Und, ähm, ja, dann führt das doch bitte zu. Streicht das doch nicht. Streicht das nicht aus... Streicht auch niemand, weil du kannst es nicht streichen. Es ist in jedem Nahrungsmittel drin, Protein und Fett. ...eurer Nahrung. Das soweit zum Thema High Carb, Low Fat. Wie gesagt, nichts gegen Kohlenhydrate. Nichts gegen Kohlenhydrate. Er hat die ganze Zeit Kohlenhydrate, äh, gebashed und mit allen Krankheiten in Verbindung gebracht. Nichts gegen Kohlenhydrate. Ich sag ja, die übelste Verwirrung. Absolut nicht, aber gegen Low Fat, Low Protein. Hier ging es nicht um Fett, du hast die ganze Zeit über Kohlenhydrate gesprochen. High Carb, es ist absolut, nicht nur meine Meinung, es ist falsch, sich so zu ernähren. Es ist absolut falsch und jeder, der was anderes sagt, hat keine Ahnung. Wow, alles klar. Alles klar, Simon. Jeder, der was anderes sagt, hat keine Ahnung. Du bist absolut wirklich eine Legende, eine Legende des Wissens. Du bist Einstein 2, ich muss schon sagen, wirklich. Also, ihr habt gesehen, das war das Video, Leute, jetzt versteht ihr auch vielleicht warum. Zum ersten Mal hat ein Fitness-Youtuber so unfassbar viele Dislikes auf dem Video bekommen, weil das kann, wenn ein Mensch so etwas sieht, der denkt sich einfach, das kann nicht wahr sein, was er dort erzählt, das kann einfach nicht stimmen. Er sagt ja von allem das hundertprozentige Gegenteil und das ist, mir fehlen einfach nur noch die Worte. Und hier, noch eine Sache, die so super interessant ist. Simon, worauf läuft unser Gehirn? Worauf läuft es? auf Glucose. Es läuft auf Glucose. 140 Gramm Glucose verbrennt dein Gehirn alleine pro Tag. Das entspricht etwa 14 Esslöffeln Zucker, was nur dein Gehirn verbrennt. Süßes gilt nicht ohne Grund als Nervennahrung. Und jetzt noch so eine Logikfrage. Du gehst in ein Klassenzimmer oder in eine Universität, wo eine Prüfung geschrieben wird. Was nehmen die Menschen dazu, was habe ich in meiner Uni-Zeit zu mir genommen? während einer Prüfung, um besser zu denken. So was schon mal gesehen? So was schon mal gesehen? Zucker, reine Dextrose. Simon, zeig mir einen Prüfungsraum oder erzähl mir von deinen Erfahrungsberichten, wie Menschen, wie du in einen Saal reinkommst, wo Menschen eine Prüfung machen, da stehen Ölflaschen. Zeig mir das mal. Stehen da Ölflaschen oder liegen dort Bananen und Zuckerpillen. Zucker, du brauchst Zucker für dein Gehirn. Damit will ich das Video abschließen. Dein Gehirn läuft auf Zucker. Für Gedächtnisleistung brauchst du Zucker. Glucose, weil dein Gehirn läuft auf Glucose. Deswegen nimmt man Glucose zu sich. Man isst Dextrose-Tabs, um besser denken zu können. Das ist auch so eine interessante Sache, oder? Mit dieser ganzen Sache, dass Kohlenhydrate dich dumm machen. Deswegen isst man Kohlenhydrate, um schlau zu sein. Also, du bist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich habe hier noch aufgeschrieben, natürlich, der Brennstoff von roten Blutkörperchen ist Glucose. Der Brennstoff von Spermien ist Fructose. Und das Gehirn läuft auf Glucose. Deswegen, Leute, guckt euch sehr, sehr gerne noch meinen allerersten großen Blockbuster an über Simon Teichmann. Ist auch ein Kracher-Video geworden. Und ja, das war's schon. Das war's. Ich bin hier am Ende des Videos angelangt. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr das Video mit angeschaut habt. Teilt bitte das Video und sagt dem Simon Teichmann Bescheid über diesen unfassbaren Nonsens, den er verbreitet. Und jetzt versteht ihr ja wahrscheinlich auch, warum ich so sauer geworden bin, weil dieses Video wirklich das schlimmste Video, was ich jemals auf YouTube gesehen habe. Ja, was der Typ erzählt, gegen Obst, gegen Getreide, also gegen Kohlenhydrate, also gegen Pflanzen ist er. Und halt die übelste Verwirrung und was der alles erzählt. Null Beweise. Das ist Simon Teichmann. Von daher, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt mich sehr gerne bei meiner Arbeit unterstützen, bei meiner wissenschaftlichen Arbeit. Ich mache mir wirklich, ich habe mir sehr, sehr viel Arbeit mit diesem Video gemacht. Ihr könnt mich sehr, sehr gerne unterstützen und das Video teilen und liken. Das wäre super nett. Und ansonsten, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist ein verdammt langer Blockbuster geworden. Aber ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich habe jeden einzelnen Punkt von Simon widerlegt. Mit Fakten, gesundem Menschenverstand und Logik. Von daher, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. And I see you next time. Guckt ein weiteres Video. Peace. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.